Herzlich Willkommen Freunde zu diesem neuen FIFA 17 Video und das ist eines der wohl interessantesten Videos zum Team of the Year. Und zwar habe ich gerade jetzt dieses Trikot auf Foothead gefunden und das ist so mehr oder weniger ein kleiner Anzug, sage ich jetzt einfach mal, mit so einer Fliege oben drauf und das könnte es als Trikot geben. Also da könnte zum Beispiel eine Squads Building Challenge zum Team of the Year kommen, wo man dann eben dieses Trikot bekommen könnte. Das Ganze ist natürlich nur reine Spekulation, weil diese Information, dass es das Trikot überhaupt gibt, dass es jetzt kein Fake ist, die ist natürlich nicht offiziell. Also das hat jetzt nicht EA gepostet, das möchte ich ganz klar sagen, das ist nur auf Foothead oben. Und aber, was ich noch sagen wollte, Foothead hat schon oft Informationen geliefert, die dann im Endeffekt auch gestimmt haben, wo man sich gedacht hat, hä, kann das überhaupt stimmen? Und dann hat es wirklich gestimmt und das ist jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass da ein Trikot kommen könnte, wo man dafür eine Squads Building Challenge machen muss. Und das Trikot dann sozusagen als Preis bekommt. Und ich bin mir eigentlich, also meine Meinung dazu ist, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass es kommen könnte, weil ganz ehrlich, wieso sollte es nicht kommen? Das ist so ein schöner Anzug, das passt zum Team of the Year, weil die Spieler ja bei dieser Gala-Verleihung sind dann. Und ja, wieso nicht, Jungs? Wieso nicht? Also ich denke schon, dass es halbwegs realistisch sein könnte. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Also wie gesagt, das Ganze ist nicht offiziell, aber wenn dieses Trikot rauskommt oder wenn das stimmt, diese Information, dann gibt es höchstwahrscheinlich Squads Building Challenges zum Team of the Year. Und das hat natürlich krasse Einwirkungen dann auf, beziehungsweise krasse Auswirkungen auf den Markt. Also da wird es dann vielleicht gar keinen heftigen Markt-Trash mehr geben. Den gibt es wahrscheinlich sowieso gar nicht mehr, wegen verschiedensten Dingen, aber dazu werde ich vielleicht nochmal labern. Also der Markt-Trash war vielleicht schon. Das ist halt alles dieses Jahr ziemlich schwer zu sagen, aber wenn eben Squads Building Challenges rauskommen, dann verwirrt das den Markt, beziehungsweise es mixt den Markt nochmal ganz neu auf. Und das ist dann alles sehr, sehr anders, als es erwartet wurde. Also das ist eine richtig interessante Information, dass da, also das ist nicht einfach nur ein Trikot. Das ist wirklich nicht nur einfach ein Trikot. Da geht es nämlich um viel mehr. Da geht es dann um die Squads Building Challenges, um die Preisverläufe, wie sich die Spielerpreise entwickeln werden, in wen sie investieren können und so weiter und so fort. Leider weiß ich halt die Bedingungen für diese Squads Building Challenge, falls sie kommt, nicht. Und deswegen, ja, können wir da jetzt auch leider nicht wirklich investieren. Aber, ja, in BBVA-Spieler könnte man theoretisch natürlich schon investieren, weil halt viele Spieler aus dem Team of the Year, aus der BBVA kommen, beziehungsweise halt aus der Liga Santander. Man könnte aber zum Beispiel jetzt auch irgendwie in deutsche Spieler investieren, weil ja Manuel Neuer auch sehr, sehr wahrscheinlich im Team of the Year ist. Also man könnte schon investieren, aber das ist halt alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Ich wollte euch die Informationen liefern, dass es wahrscheinlich Squads Building Challenges geben wird und dass es wahrscheinlich dieses Trikot geben wird. Und ja, Freunde, dann war es das mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr solcher Infovideos haben wollt. Und dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, Ciao, Leute. FIFO Stars. FIFO Stars.